Und damit ein herzliches Willkommen im Schutzwald, wo es jedoch keinen Schutz gibt. Hinter meinem Rücken ist Schutz. Oh Gott, ich habe schon einen Herzschlag. Du hast Herzschlag, ich habe nichts. Mein Herz schlägt nur für dich. Warst du wieder schwächer? Ja. Oh, jetzt ist ein Totem, ich mache jetzt mal ein Totem. Ich muss übrigens kurz mal ein paar Worte vorweg bringen. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie die nächsten Wochen bei mir so zeitlich werden, weil ich gerade noch etwas Wichtiges vollenden muss. Deswegen muss ich mal schauen, ob in nächster Zeit eventuell, oh, jetzt habe ich auch Herzschlag, die Folgen vielleicht ein bisschen unregelmäßiger werden, aber keine Sorge, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Denn das Spielen ist ja auch immer gut, um einen Ausgleich zu schaffen. Ja, das wollte ich einmal sagen. Ich mache jetzt mal eine Kiste. Ich muss nämlich immer noch entkommen und einen Dings mitnehmen. Einen, einen Gegenstand. Ah. Was ist denn? Warte mal, die eine wird schon folgt. Oh ja. Ich habe immer noch nicht den richtigen Killer, als er eigentlich ist. Ich weiß es auch nicht. Ah, es ist der Hillbilly. Ich wollte übrigens ja nochmal ein bisschen, ich habe mich immer ein bisschen doppelt bei dir. Komisch. Ich wollte ja eigentlich nochmal mein Laufen ein bisschen üben, dass ich es schaffe, mich mal auch beim Laufen ein bisschen umzugucken und so. Mhm. Aber erst einmal brauche ich diesen Generator, ja. Ich würde auch gerne weg, aber ich wohne die ganze Zeit rum, ich kann nichts machen, ich kann nicht aus dem Schrank raus. Ach so, oh scheiße. Das ist natürlich ärgerlich. Ich glaube, jetzt ist er weg, er hat sich auch verloren. Okay. So, sie geht gerade. Oh, sie ist schon wieder geheilt. Ja, krass. Ah, ich sehe sie, ich sehe sie, jetzt kommen sie in meine Richtung. Ich mache einfach mal weiter, ne? Ja, mach das. Also mein Generator hat jetzt die Hälfte. Okay. Boah, der bewacht sich voll aus dem Generator. So will ich mir das ein. Willst du nicht? Ist nämlich gleich fertig. Ja, stimmt, ich gehe jetzt zu euch zurück. Oh, Gott sei Dank. Die eine hat da jetzt in Ruhe ge... Oh Gott! Oh, oh! Wie ging das denn auf einmal so schlimm? Die hat sie mich auch gefragt. Ich glaube, ich habe mal ein bisschen Zeit, um ihn zu Ende zu machen. Ach man. Jetzt fängst du direkt vom Generator und muss jemand verrecken zu sehen. Oh nein. Ich gehe einen Umweg, sodass... Ja, komm, zurück zu euch. Ja. Nein, Kreditsch, bitte erst mal den Generator an. Danke. Wo ist der Generator? Wo ist der Generator? Ah, hier. Äh, da, genau. Ja, ich mache direkt mit. Sehr gut. Danke, Kreditsch. Achso, oh. Ach, sehr gut. Schnell weg. Hui, ich folge dir. Oh, hier ist auch einer. Machen wir den mal weiter. Ja. Hallo. Das wäre gut. Nee, ich habe halt keine Söckchen an. Schade. Heute bin ich nicht süß, heute bin ich heiß. Ja. Ja, man muss halt einen guten Wechsel haben, ne? Naja, man muss alles bieten können. Alle Versetzen für die Ladies da draußen. Auf jeden Fall. Ah, geil. Uh, Gen Rush, Gen Rush. Oh, warte, ich mache hier den, ähm, das Totem. Ah, okay, sehr gut. Totem, totem, totem. Oh, richtig? Ja, tschak. Oh je, da wurde jemand angeschlagen. Du hast das Gefühl, er verliert recht schnell. Hm. Auch noch ein Totem, das mache ich auch noch schnell. Ja, sehr gut. Oh, ich mache mal, ich habe ja noch Zeit, ne? Ich mache mal in Ruhe in eine Kiste. Ja, aber auch ganz nicht fein, ne? Ja. Ich habe halt so eine, so eine... Oh, Scheiße, das kommt ja direkt hierher. Ich habe schon eine Lampe, aber so geil ist irgendwie auch nicht. Oh. Ich habe auch noch eine Würstelgangsspritze für Notfälle. Okay. Ich, äh, Papi, sie will mich immer schnell. Ah, er folgt mir. Oh. Jetzt aber nicht mehr. Ich ja? Nö, jetzt nicht mehr. Ach so, zum Generator. Jo. Ich habe sogar eine Werkzeugküsse dabei. Cool. Oh, ups. Wow. Sorry, das hört sich ein bisschen drauf. Sie ist lachend. Ja. Äh. Ich gehe mal auf Umwegen zu ihr. Ja. Und dann, da war wirklich mal chill. Ich denke, das ist das. Ich habe so krise Herzschlag. Oh, ihr lacht wieder zurück. Er läuft zurück. Vorsicht. Boah, ich habe mich nicht gesehen. Ich habe Glück gehabt. So, ich mache den Generator übrigens weiter, ne? Ach, gut, jetzt ist auch hier. Sehr gut. Okay, dann gehe ich wohl. Oh, Vorsicht, der ist da auch irgendwo, ne? Nee. Er ist nach rechts gegangen. Ach so. Okay. Er kämpft echt null. Das ist sehr gut. Sehr schön, ja. Oh. Wunderbar. Aber man ist doch schnell mit dem Hilby, ne? Er ist doch schnell wieder da. Ja. Ich heile sie. So, dann suche ich mal einen neuen Generator. Ah, ich halte sie aber doch nicht. Welchen Generator machst du? Dann komme ich zu dir. Das weiß ich noch nicht. Ich muss erst mal einen finden. Ach, hier im Häuschen ist einer. Ah, okay. Dann habe ich geradezu. Perfekt. Ja. Das Ding ist, jetzt ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis er hier ankommt. Ach so, ne, er verfolgt gerade eine. Wir können in Ruhe weitermachen. Ach so. Okay. Komm aus deinem Schränkchen raus. Oder wo bist du? Ich fahre in den Keller. Ach so. Okay. Und ansonsten knallen wir eben die Palette vor ihren Latz. Ja. Von Latz. Ich mag das Wort. Das hast du irgendwann mal gesagt. Das fand ich witzig. Ich weiß. Von Latz. Ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Aber wir schaffen es noch schnell durchzuziehen. Nein, ich glaube nicht. Okay, ich lenk ihn weg und du machst zu Ende, ja? Okay, alles klar. Ich ziehe jetzt voll durch. Ja. Nein! Oh fuck. Okay, vielleicht kann ich... Aber ich versuche es, die Person noch für dich zu holen. Ich habe auch noch eine Linie. Okay. Er kommt bis zu dir. Ja. Ja! Hä, hinde ich schon mal? Oh, oh! Was? Scheiße! Was? Was für einen Scheiß? Was für einen Kack? Oh Gott! Erfolgt mir! Oh, scheiße! Oh nein. Oh, scheiße. Oh Gott, das war doch so eine gute Runde. Das ist ja peinlich. Oh mein Gott. Was ist das denn? Was für ein hell ist das denn? Oh nein, das kann doch nicht ernst. Aber hink ich nur einmal? Ich hink mir noch gar nicht, oder? Du hinkst einmal direkt am Anfang direkt einmal. Ach ja, stimmt. Das wäre echt okay. Ja, ist das. Oh gut, dass ich mir mehr Glück gelegt habe. Vielleicht klappt es. Bitte? Komm, spring! Nein! Oh fuck. Was für ein Mist. Oh scheiße. Oh nein. Ich bin voll erschrocken, so in dem Moment, wo dieses Niemand und dem Tod auf einmal kam. Das war so unerwartet. Wir haben extra so viele Toten gemacht. Ey, so ein Scheiß. Guck mal, jetzt hängen wir hier alle vier. Ja, aber ich bin der Erste, die stirbt. Ja! Ich bin Number One. Ich glaube, ich bin die Nummer Three. Nummer Three. Oder du lässt dich jetzt schon sterben, dann wärst du Nummer Zwei. Nee, nee, ich will die Punkte haben. Was für ein Ende, ey. Weißt du, den Großteil der Runde war das einfach super entspannt alles. Ja. Oh nö, das kann sich viel sein. Ja, das sieht man mal wieder. Ja, das sieht man mal wieder nödt, so. So, Chobasik. Ich sage dann auch mal gleich Ciao zu dir, ja. Kämpfe Eisern weiter, vielleicht schaffst du es doch trotzdem noch. Doch. Wir drücken dir die Daumen, ne? Das ziehe ich von dann. Ach, wie böse. Ah, irgendwie finde ich es gerade witzig. Hast du auch noch. Irgendwann kann man einfach nur noch lachen. Ja, das ist echt so. Ah, halleluja. Guck mal, ich habe jetzt schon 6000 Schillernde Scherben. Oh, krass. Du hast sogar eine Rutschung schlafen. Wie viel kostet denn mein Charakter? Ich glaube 7000 oder 9000. Ne, 9000, glaube ich, ne? Ähm, ja, ich glaube 9000. Vielleicht habe ich immer noch so leicht doppelt bei dir. Ich hoffe mal, das Publikum hier, das stört es nicht. Also, ich höre es nicht. Ich höre dich gut. Ja, ja, aber ich glaube, bei der Aufwand wird es vermutlich schon zu hören sein. Muggel, Uistal, was? Hey. Okay. Okay. Uist... Uistal? Ähm, ja, dann sag ich auch mal, äh, Uistal. Ja? Ja, stimme ich dir zu. What? U... Alles klar, was auch immer das jetzt heißt, ähm... Ja. Hm. Ja. Ah. Alles klar. Dann danke für euch fürs Zuschauen bei dieser, ähm, ja, sehr überraschenden Runde. Es war ein Plottwist dabei. Ähm. Oh, wer hat mir mit seinem Daily geholfen. Na, das war schön. Immer wieder gerne. Dann würde ich sagen, ähm, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.